Amen! Aua! Aua! Ich bin echt los! Die Jahre von ihnen jetzt sind überziehen, der Frau hat den Schutz dazu gesehen, wie jedes zu nahe nach Erweichen gehen und unsere Leute das Leben nehmen. Die Politik sagt, es ist ein Fehlergeschehen, Komplizenschaft wird viel übersehen. Jetzt wollen sie in die Fakten verdrehen und sagen, es ist das Problem. Frauen an die Macht, Merkel hat es zwar gemacht, ja sie hat die Macht, doch hinterm Rücken wird gelacht. Für mich und meine Mädels hat es keinen Unterschied gemacht, denn die Medien haben es publik gemacht. Bei gleicher Ausbildung kriegen Männer mehr Gehalt, Vorzeigestark für die Emanzipation. Ja, ich sie merke doch, wo ist die Gleichberechtigung? Wo ist die Gleichberechtigung? Wo ist die Gleichberechtigung? Ihr ziert, kontrolliert und infiziert, aber das Problem ist, dass ihr diesen Scheiß nicht reflektiert. Die Konstruierung der Regierung und der Medien, den Hass, Neid und Gilti, die Predigen. Er bist du Moslem, bist du Macho und unterdrückt seine Frau. Fickt euch mal ihr Fasches, löst die Feindbilder auf. Wir sind Kanake mit Rips. Was? Ja man, das gibt's. Doch wenn Worte mal nicht reichen, dann gibts Schlag ins Gesicht. Die sagen Moslem gleich Terrorist, ich zeig dir was der Terror ist. NSU, NSA, Rollenscheiß, Blackface. Dicker Trauer ändert nix, Mentalität mal gemischt. Kopf runter, Fausto, unsere Blut ist auch so. Moslem gleich Terrorist, ich zeig dir was der Terrorist. NSU, NSA, Rollenscheiß, Blackface. Dicker Trauer ändert nix, Mentalität gleich gemischt. Kopf runter, Fausto, unsere Blut ist auch so. Komm runter, Fausto, unsere Blut ist auch so. Ey! Jaaa! Das ist so schön! Das ist so schön! Das ist so schön!